Der neue Ford Store in Zwickau-Oberplanitz steht kurz vor der Eröffnung. Ein Jahr lang wurde daran gearbeitet, eins der modernsten Autohäuser Westsachsens zu errichten. Wir haben uns in dem neuen Store umgeschaut und tatsächlich einen Blick in das Autohaus der Zukunft werfen können. Solche Szenen kannte man bislang nur aus solchen Fernsehserien wie CSI. Doch da wurde es vielleicht noch als Filmeffekt belächelt. Das hier ist allerdings echt. Willkommen in der Zukunft. Klar haben wir viel investiert, aber das ist natürlich auch eine Vorgabe von Ford. Also wir setzen die Standards von Ford um. Wir haben hier einen Ford Store. Das ist die obere Stufe von einem Ford Händler. Wir haben also die Möglichkeit, auch die Vinalenmodelle, den Ford Edge und den legendären Mustang mit anzubieten. Der neue Ford Store gehört zum Autohaus BHS, das damit seine Produktpalette deutlich erweitert hat. Hinter all dem steckt eine jahrelange Erfahrung und natürlich der Wunsch, die Kunden immer wieder aufs Neue zu überraschen. Also die BHS seit 1990 am Markt. Von der ersten Stunde an vertreten wir die Marke Citroen. In den Jahren sind viele Mitarbeiter dazugekommen. Wir haben viel investiert. Unter anderem sind noch neue Marken dazugekommen. Wir haben seit über zwölf Jahren die Marke Peugeot mit im Hause. Jetzt ganz aktuell die Marke DS. Das sind alles Marken des Konzerns PSA. Und jetzt gehen wir den Schritt zu einer neuen Marke. Außerhalb des PSA-Konzerns die Marke Ford. Aber der PSA-Konzern Citroen und die anderen Marken bleiben? Das bleibt auf jeden Fall. Deswegen ist es ein neues Gebäude, neue Mitarbeiter. Wir werden weiterhin Citroen und Peugeot aktiv verkaufen und wollen mit den Modellen von Ford unser Angebot erweitern und neue Kunden gewinnen. Warum nun ausgerechnet Ford? Da musste das Autohaus BHS nicht lange suchen. Die Vorteile für die Kunden sind nicht zu übersehen. Die Marke Ford ist sehr interessant für uns. Sie hat eine ganz, ganz breite Produktpalette. Vom kleinen K bis zum großen SUV, Mondeo. Natürlich der legendäre Mustang, den kennt jeder. Und die vielen Nutzfahrzeuge. Die sind natürlich als Spezialist für Nutzfahrzeuge für uns auch interessant. Wir werden also weiter in unserem Business Center Citroen-Nutzfahrzeuge verkaufen und können jetzt zusätzlich die komplette Palette von Ford-Nutzfahrzeugen ebenfalls mit anbieten. Wer einen kleinen Vorgeschmack bekommen will, was künftig im neuen Ford Store geboten wird, darf sich gern schon mal das erste Adventswochenende vormerken. Da ist ein Schautag geplant. Welche Überraschungen vorbereitet sind, wird allerdings noch nicht verraten. Das ist ein Schautag.